Hey Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Minecraft Nostalgie. Heute, ich befinde mich ja schon im richtigen Raum. Okay. Heute kümmere ich mich hier um die Küche, dass die vernünftig aussieht. Und wenn wir dann noch Zeit haben, dann können wir uns noch um Kleinigkeiten, um Bauen beschäftigen. Und ja, ich will gar nicht lange reden. Ich wollte noch kurz zeigen, was ich letzte Folge gemacht habe, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Ich habe hier mein schönes Kaminzimmer gemacht. Da fehlt nur noch dieses Netherrack, ich glaube es ist Netherrack, was brennt. Und ja, sonst haben wir glaube ich dann, ja und hier Beleuchtung. Aber dafür brauche ich Glowstone und den habe ich nicht. Und ja, hier brauchen wir auf jeden Fall einen Steinboden. Ich muss nur tatsächlich in den Keller gehen und da mir meinen Stein holen. Äh, wenn ich ihn empfinde. Da war er. Den Rest kann man tatsächlich dann hier auch hier reinschmeißen. Also wenn ich kein Stein, als wenn es der einzige Stein ist, den ich habe. Ich war auch letztens auf Expedition. Quatsch, letztens war ich auf Expedition. Davor die Folge war ich, habe ich gebaut. Sorry Leute, tut mir leid. Ah, hier habe ich noch Stein. Das heißt, wir müssten wahrscheinlich nochmal runtergehen und Lava holen. Ah, das ist vielleicht gut, weil ich brauche ganz dringend Stein. Wie kann das sein, dass ich gar kein Holz habe? Hm. Da müssen wir mal gucken. Habe ich das ganze Holz auch... Ne, das habe ich bestimmt weggelegt oder so. Gehen wir mal gucken. Tun wir uns aber erstmal kurz die Lava. Zeug zu brennen. Keine Mobs, so wie ich sehe. Lava holen. Und wieder hoch. Ja, äh... Sonst, ich weiß gar nicht, wann ich das hier hochlade. Aber... Ja. Ob so, es kommt irgendwas. So. Erstmal braten wir hier den Stein. Und ich schaue mal hier. Als wenn... Okay, haben wir zumindest noch Stein. Als wenn ich kein bisschen Holz mehr habe. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich muss da ir... Ah. Sorry Leute. Tut mir leid. Äh... Haben wir denn auch noch ein... Oh, ich brauche Bricks. Ich brauche Bricks. Dann... Brauchen wir... Say it. Einen Steinknopf. Den kriegen wir auch gleich irgendwie hin. Wir brauchen einen Ofen, den ich schon mal hatte. Soll ich den Blast Furnace nehmen? Weißt du was? Wir nehmen auch den Blast Furnace. Und dann kann ich mal hier kurz sortieren. So, so, so. Dann mache ich mal kurz hier ein... Sag schon. Hier. So ein Stonebricks Ding. Weil das gehört als Abzugshaube. Abzugshaube. Da brauchen wir noch eine Steinplatte. Ähm. So. Und einen Knopf. Ich tue das einfach mal so hin. Äh. Wir brauchen noch zwei Crafting Tables. Äh. Ich hatte das nicht in die Kiste gemacht. Okay. Äh. Eins. Zwei. Ein Kessel. Und Holz. Wir brauchen auch noch einen Dispenser. Warte mal. Ich hatte den irgendwo hier. Ah, nein. Ah, die weggeklickt. Spender. Minecraft. Ein Hopper, Stein und Redstone. Dann müssen wir uns nämlich eben mal einen Dispenser machen. Eisen. Und. So. Äh. Gott. Wie macht man den denn? Ne. Das ist falsch. Ich muss erst mal den Hopper machen. Wie macht man den Hopper mit einer Kiste? Dann wird das ja ganz gelegen. Muss ich sagen. So. Lul. Okay. Dann. Einmal so glaube ich. Also wenn der Stein ist. Normaler Stein. Äh. Oder nur so. Okay. Ach Gott. Nein. No way. Soll ich den falsch gebaut? Nein. Spender. Ich brauche keinen Hopper. Aber ich meine. Irgendwann werde ich den brauchen. Gebrauchen. Als wenn. Das ist ein Dropper. Also brauche ich einen Bogen. So sieht es aus. Äh. Haben wir einen? Haben wir irgendwo einen Bogen? Haben die gedroppt bekommen oder so? Ne. Anscheinend nicht. Okay. Dann mache ich jetzt noch einen Bogen. Ich habe irgendwo Seile gefäden. Komm. Komm, komm, komm. Da soll es jetzt nicht drauf. Ah. Liegen. Wollte schon sagen. Dann machen wir jetzt noch einen Bogen. Äh. Falsch. So. Gut. Das hätten wir auch. Also noch einmal. Zack. Dann drumrum. Und so. Spencer. Ja. Ist gar nicht Spender. Ja. So. Und sonst haben wir dann. Wir brauchen noch einen Blumentopf. Dann brauchen wir noch eine gelbe Blumentopf. Blume. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Zäune. Ich meine, ich hätte was gehabt. Aber kann auch sein, dass ihr es aufgebracht habt. Was ich vermute. So. Drei könnte reichen. Gut. Dann geht's los in die Küche. Äh. Sonst. Hier nehmen wir ein bisschen Zeug davon mit. Ich könnte auch noch einmal. Das hier füllen. So. Gut. Dann gehen wir jetzt in die Küche und machen dort. Die Küche fertig. Also erstmal brauchen wir den Boden. Ah. Jetzt habe ich die ganzen Tools vergessen. Das ist schon leid. Mann. Wo ist denn jetzt meine Schaufel hin? Ja. So. Zack. Gut. Jetzt aber. Jetzt aber. Kommt schon. Das kommt hier alles raus. Das kann eigentlich drin bleiben bis dahin. Einen Kessel brauchen wir noch. Aber ich meine, ich hätte glaube ich einen irgendwo gehabt. Erst einmal kommt... Äh. Mal eins, zwei, drei. Eins, zwei, weit. Hier. Ist die Abzugshaube. Ähm. Und wir brauchen natürlich Steinboden. So. Und dann müssen wir hier auch nochmal gucken. Ich glaube es ist... Drei. Zack. Ja. Ich glaube es sieht nach drei aus. Dann machen wir wieder Steinboden. Es wird jetzt ein bisschen random alles hier. So. Sieht gut aus. Dann haben wir hier einmal ein Holstink. Dann haben wir die... Crafting Tables. Einmal hier. Und hier. Da kommt noch ein Kessel hin. Müssen wir gleich mal gucken. Dann haben wir... Was haben wir denn noch hier? Blast Furnace. Direkt unter den Abzugshaube. Macht Sinn. Oh. Wir wollen hier nach Stonebricks 2. Äh. Ne. Wie heißen die Steinziegel glaube ich sind es. Ähm. Auf jeden Fall kommt auf diesen Blast von uns. Bam. Eine Platte. Können wir denn hier gleich... Oh. Okay. Wusste nicht, dass das so easy war. Dort und dort. Dann. Oh. 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 Da stimmt was nicht, Leute. Da stimmt was nicht mit den Dimensions. All Scheiße. Äh. Ja. Hm. Und zwar gehört hier der Kühlschrank hin. Mit dem Dispenser. Und daneben ein Button. Ja. Funktioniert. Und hier dürfte gar kein Platz mehr frei sein. Scheiße. Weshalb hab ich denn... Hab ich das ganze... Das ganze Ding wahrscheinlich um eins zu kurz gebaut. Na ja. Ist halt so. Langst du mich nicht hier irgendwie großartig einschränkt. Ist das okay? Äh. Sonst. Deswegen ist das auch so breit. Eigentlich nur an 0.02 breit. Soll ich das trotzdem kürzer machen hier? Was meint ihr? Ich weiß es nicht. Es muss nur, dass ich hier irgendwo... Äh. Eine Fackel hinpacken muss. Mach mal ist das so. So. Oder so. Lieber. Mach mal so. Also. Wir brauchen noch einen Kessel. Den hatte ich glaube ich. Vielleicht. Cool. Das Zeug brennt immer noch. Nice. Also Lava ist wirklich das Beste was einem... Oh. Hier. Cauldron. Den hab ich glaube ich aus dem Dorf. Wieso? Wieso hat der eine Holztexte? Seht ihr das? Sieht aus wie ein Holztexte zumindest. Ist aber keine. So. Zack. Achso. Hier die Blumen und so. Bam. Die Blume. Und dann haben wir hier fertig. Da kommen natürlich auch wieder... Ähm. Ist das schon rein? Äh. Glowstone Lampen. Weil ich hab noch kein Glowstone deswegen. Ja. Äh. Sonst würde ich sagen... Wir machen jetzt mal ein schönes Foto und schauen, was wir sonst noch bauen können. Das haben wir jetzt hier auch fertig. Können wir uns mal hier mit widmen. Das sind einfach nur Stufen. und dann Wand oder so. Können auch... Ja. Das machen wir. Ähm. Ja. Dann muss ich mal kurz ein paar Stufen createn. Createn vor allem. Oh. Den können wir mitnehmen. Den können wir mal mitnehmen, falls wir einen hier oben brauchen. So. Dann machen wir uns gleich mal ein paar Stufen. Zack. Okay. So. Und ich muss mal schauen. Äh. Ist jetzt nämlich nicht gerade... Ich muss... Ich muss gucken, wie die Bilder aussehen. Ich weiß gerade nicht, wie das, äh, dahin gehört. Tut mir leid, dass ich jetzt so suchen muss, aber... Ich hab' die Bilder, die... Die gibt's gar nicht. Gut. Müssen wir bei Minecraft gucken. Ich hab' jetzt meinen einen Screenshot... Saver hier. Screenshots. Gott, da gibt's wieder so viele. Ich hab' da nicht, wo ich zuerst gucken soll. Das ist ja Garten, Garten, Garten... Äh, das ist das. Gott. Nehmen wir die Bücherei. Vielleicht können wir die Bücherei machen. Oh, das ist auch doof. Können wir hier die Wand machen. Ähm. Ähm. Diese Wand hier vorne. Da hab' ich zumindest ein bisschen was hier. So, dann müssen wir mal gucken. Ähm. Die zwei sind falsch. Und dann gehört das... So, zwei breit. Ich hab' grad' ne Doku geschaut über... Über... Über ein... 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 Kann man Killer sagen? Ja, Killer. Das ist ne Netflix-Doku gewesen. Die heißt Don't Fuck With Cats. Und, ähm... Es ist krass. Es ist einfach nur total krass. Der hat so gesehen in Real Life den Film, ähm... Basic Instinct nachgemacht und tatsächlich einen Mann ermordet. Oh Gott. Es ist einfach nur krass. Und dann haben Leute, die... Also, zuerst hat er... Äh... Zuerst hat er... Äh... Katzen gebracht. Total brutal und alles. Und dann... Hat er irgendwann jemanden... Also, zuerst hat er mit Katzen angefangen. Hat dann tatsächlich, äh... Ja, das ins Internet gestellt. Und hat das dann... Ja, das haben sich Leute angeguckt. Und dann waren da Leute bei, die sich total... Angegriffen gefühlt haben. Ist ja klar. Und, ähm... Mal kurz gucken hier eben. Sekunde. Und dann, ja, haben die natürlich da... Äh... Forschung gemacht. Sagen wir so. Forschung angestellt. Wer das ist und wer das macht. Und weil er immer nicht... Äh... Weil er nicht aufgehört hat. Und, ähm... Ja, und die haben den, glaube ich, über eineinhalb Jahre oder so... Haben die den gesucht und so. Ja, eineinhalb Jahre, ja. Total krass. Und dann war das noch eine Gruppe von, äh... Manchmal waren es 15.000 Leute, die in dieser Gruppe waren. Total krass. Also, es ist... Als wenn das unreal wäre. Das haben die selber gesagt, so, äh... In der Gruppe, ne? Die haben die Polizei gewarnt. Und die haben die nicht so wahrgenommen. Und, ähm... Da denke ich mir auch, ja. Aber was für ein Internet. Nur wegen den Klicks, weil er Aufmerksamkeit generell haben wollte, ne? Im Leben. Total komisch. Menschen können echt... Total... Total crazy sein. Und dann mach ich hier einfach die Wand zu. Ob ich hab noch genug Stein. Dann hab ich das nämlich auch schon mal. Oben drauf kommt ein Garten, das weiß ich. So haben wir noch, ja. Wir haben noch Stein. Ähm... So, würde ich einfach mal machen. Dann hätten wir das auch geklärt. Wie ist hier keine Fackel? So. Hier sind auch keine Fackeln. Kann alles spawnen, was... Äh, was möchte ich? Ich dachte... Ich dachte, tatsächlich, ich falle jetzt hier runter. So, mehr kann ich noch nicht machen, weil ich hier nicht weiß, wie es hier weitergeht. Ähm... Aber wir können mal gucken, ob wir jetzt Bilder von diesem hier finden. Äh, ähm... Da bin ich. Sekunde. Und gleich wieder da. So. Da bin ich auch schon so wieder da. Ähm... Oh Gott, hier fehlen noch Zäune. Und zwar... Ähm... Hab ich mal geguckt, was ja... Ihr seht, da ist neu auf dem Server geschaut. Und zwar hier... Gar keine... Keine Steine hin, so. Gesehen. Und zwar gehört hier... Wieder Stufen... Dreierstufen hin. Beziehungsweise auf der anderen Seite... Uff. Ich hab kein Holz mehr. Okay, okay, wir müssen erst mal Holz holen. Wie ist das denn so duster? Das geht ja gar nicht. Aber... Oh, hier. Hier können wir auch was machen. Und zwar... So. Gehört nämlich hier an... 3x3, glaube ich, hin. Ähm... Ich mach mal hier zu. Irgendwie so 3... Wo es für jetzt Sinn machen... So zu tun. Mach mal so. Machen wir das wenigstens... Das nehme ich dir in die Toilette. Äh... Mit Steinboden und so. Ähm... Ich lasse es trotz allemal, glaube ich, offen... Weil ich da reingehen kann. Ich will mir jetzt aber erstmal kurz hier... Nehmen wir jetzt einfach das Zeug hier. Müssen die auch mal zubauen. Die Löcher... Beziehungsweise erkunden die Höhlen. So. Die müssen jetzt hier die Bäume weg. Das ist schon mal etwas. So. Vielleicht kann ich das hier... Das ganze Holz hier auch mal abbauen. Weil ich ihn in Panik versetzt hatte... Und ich dann, ne? Uff. Creeperloch. Autsch. Ja, ich bin zu faul, das ganze Zuckerrohr abzubauen. So. Dann holen wir uns doch... Sollen wir nochmal da hinten? Ja. Holen wir uns doch eben die... Bäume hier vorne. Ist alles so crowded. Ich glaube, die Dudes kommen nicht wieder. Diese Pillager. Hätte ich jetzt irgendwie keinen Bock drauf. So. Machen wir zumindest die ein, zwei Dinger da noch fertig, die ich gebauen wollte. Let's go. Schnell, schnell. So. Am besten kommen wir, glaube ich, hier durch. So. Und dann mache ich gleich mal ein paar Stufen. So. Das wird umgewandelt. Und... Bam. Wie das hier mit ist, muss ich nur mal gucken. Aber... Auf jeden Fall kommt hier... Ähm... Ja, Boden rein. So. Bis da hinten hin. Lecker ist, wenn nur eine Reihe ziehen. Oder zwei. Ich würde mal sagen, dass ich hier irgendwo runter muss. Mal schauen. So. Dreierbrücke haben wir. Ich würde sagen... Uff. Habe ich hier Mist gebaut, wahrscheinlich. Ja. Hier habe ich irgendwie Mist gebaut. Glaube ich. Weil... Das gehört sich nicht so... Ich baue mal den hier weg. Ach, was mache ich denn da? Oh, Mann. So. Ich weiß nicht, wie breit das hier war. Muss ich gleich mal gucken. Aber ich glaube, drei breit, so wie jeder andere auch. Ähm... Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe tatsächlich ein Screenshot davon, oder? Oh, so. Da. Erst einmal kommt hier eine Reihe mit Stein hin. Ich mache einfach mal so. Und dann habe ich hier... Ja. Eine Dreierreihe. So. Wir haben noch Stein da. Geilo. Mal so fackeln. Und dann geht es hier, weil... Ich weiß gar nicht mal, ob das so hingehört hier. Ich mache das mal kurz wieder weg, weil... Ja. Darum. So. Jetzt machen wir hier noch eine Dreierreihe. Und natürlich geht es hier in die Richtung weiter. Wahrscheinlich habe ich gleich kein Holz mehr. Das heißt... Die Folge ist zu Ende. Es tut mir leid, falls sie zu kurz war. Aber wir haben schon ein bisschen mehr geschafft. Wir haben die Küche ausgebaut. Wir haben hier diese Übergang gebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich riesig über einen Like freuen. Einen Kommentar natürlich. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. Dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.